Musik Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Civilization 5 Kurz zur Erklärung für alle die letzte nicht gesehen haben Als der letzten Runde haben wir das Standardspiel wie es eingestellt ist am Anfang gespielt Jetzt habe ich mich nochmal umgeschaut und zwar mal auf Einzelspieler und dann auf Spiel Setup geht Kann man alles komplett einsperren wie man es möchte und genau das machen wir jetzt Wir haben Ich weiß schon bei wen ich mich entschieden habe aber ich möchte daraus nochmal alle durchzählen Gucken hier Man sieht es hier Das sind alle die man nehmen kann Ach guck mal hier kann man sogar Ah Nahrung und Kultur Aha Moment Okay 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. es den zweiten ägypten kriegstreitwagen grabstätte und was auch immer das ach das ist das zeichen oder ich nehme montezuma oder so scheine das ist nicht toll ein gold an uns oder ich nehme gandhi es kann auch machen kriegselefanten und mogul festung aber ist das immer das alte ägypten warum denn nicht so karten typ haben wir hier die kontinente wir haben pangäa wir haben archipel wir haben fraktal und wir haben die erde weitere karten alte sehen archipel binnenmeer eiszeit fraktal große ebene aber jetzt geht weiter hochland kleine kontinente kontinente norden gegen süden oval pangäa ring scharmütze sehen terra vierecken west gegen osten winzige inseln und ich würde aber sagen wir nehmen die sehen wie sehr gut aus da war eine große map und zwischendrin mal ein bisschen wasser kartengröße wird diesmal riesig sein ja sehr klein ja mit der halb nicht mal die die sogar dreimal so groß fast schwierigkeitsgrad war bei uns häuptlingen ist um das spiel zu lernen anfänger leicht normal die kai erhalten kleine vorteile um das spiel zu verbessern sehr schwer die kai erhalten vorteile um das spiel zu verbessern extrem schwer die kai erhalten deutliche vorteile um das spiel zu verbessern nur die besten spieler können auf diesen schwierigkeiten wir nehmen mal prinz ich würde gerne mal prinz probieren und beim tempo würde ich sagen nehmen wir einfach mal marathon aus dem einfachen grunde dann dauert das alles mega lange und wir können perfekt auf jede epoche eingehen und ordentlich fighten und wahrscheinlich das spiel gewinnen bevor die zeit abläuft arbeiter das setup siegtypen zeit wissenschaft kultur diplomatie machen wir aus super geil kartentyp kartengröße schwierigkeit spieltempo spielzeitalter starten der antiken alter der welt vier milliarden jahren keine ahnung temperatur gemäßigt auch mal zufällig warum nicht regen zufällig ressourcen kark standard zahlreich legendärer start strategisches gleichgewicht ich würde sogar sagen wir gestalten die ressourcen mal kark 28 stadtstaaten gewässer zufällig kleine sehen erweiterte spieloptionen maximale runden ein stadt wettkampf ermöglichen spieler beförderung keine alten ruinen keine barbaren keine stadt vernichtung keine stadtvorgaben keine startvorgaben komplette vernichtung schneller kann vor schnell fortbewegung wütende barbaren zufällige persönlichkeit ein zufallsgenerator spiel stoppen wir grüßen euch grüßen euch o große ramses pharao von ägypten der die sonne aufgehen und den nil fließen lässt und der seinem glücklichen volk alle guten dinge des lebens beschert o großer herr seit menschen gedenken lebt euer volk am ufer des nil von wo aus ist der welt die schrift fortgeschrittener mathematik bildhauerei und architektur schenkte vor jahrtausenden errichtete es riesige monumente die in ihrer größe stolz bis heute stehen o ramses euer volk hat unzählige jahre überdauert während andere unbedeutende nationen um euer land herum zu rom kamen und wieder zu staub zerfielen es erwartet von euch dass ihr es noch einmal zu größe führt könnt ihr den göttern die ehre erweisen und ägypten wieder an seinen rechtmäßigen platz im herzen der welt setzen könnt ihr eine zivilisation errichten die die zeit überdauern wird und ob wir das können errichter der monumente 20 produktionen für wunderbau kriegstreitwagen und grabstätte beginnt eure reise und es sieht so aus als wäre es ein heißes klima ja und wir starten einfach mal direkt hier mit der stadt gründung und in diese stadt nicht geben sondern wir nennen diese stadt das ist äh eieieieiei kairo in kairo starten wir was ist das hier achso quatsch das sind arbeiter und die produktion wählen achso es dauert natürlich alles mega lange hier ähm ich baue erst mal ein monument ich baue ich hier ein monument ne ich baue erst mal doch ein monument dann haben wir hier krieger ne runde ja und die krieger die können wir dann einfach mal hier überschicken und mal ein bisschen was gucken und bei der forschung wählen wir als erstes den bergbau aus um das hier abbauen zu können nächste runde wir haben es 4000 jahre vor christi und wir starten wieder ich weiß nicht gar nicht geht es jetzt nur ein jahr zurück das wäre natürlich krass dann hätten wir über 4000 runden also locker 6000 runden 15 jahre geht es nur zurück vorher ging es 50 jahre zurück also das wird noch ein bisschen dauern meine freunde einheit benötigt befehle und da haben wir schon wein gefunden und äh kairo nicht dass wir uns wirklich dann leisten könnten nach einer weile wir haben es heute runter abwarten können wir uns ja nicht leisten und alles wird hier noch eine ganze ecke dauern dann erkunde ich halt mal hier die gegend nächste runde wir sollten ja auch recht schnell auf neue leute treffen wenn es 28 nationen hier gibt und wir werden auch richtig was zu kämpfen haben aber das ist ja sowieso mein ziel gewesen ich glaube es ist eher üppisch das sieht ziemlich grün aus ich dachte dass es karge ist wegen der stelle hier aber das scheint ziemlich grün zu sein und da haben wir schon erste stadt stattgefunden und hoffentlich gibt es gold von denen hier ist silber das muss man unbedingt holen hoffentlich kriegen wir gleich gold bei euch als erstes gefunden haben das wäre natürlich jetzt ideal bei so einer runde wenn wir schnell gold kriegen jawoll ihr habt die stadtstadt belgrad gefunden ihr seid die erste große macht ihr auf zu treffen daher schenken sie euch 30 gold dankeschön genau sowas wollte ich nächste runde geht auch voll gerne putzig aus wo es sieht schon fortschrittlich aus als hier eigentlich kann ich ja ach nein das war die ist das war nicht so intelligent von mir ups auf weiter nein ich dachte dieser rote balken unten war das leben der stadt deswegen aber das war die zufriedenheit nein fail stellen wir den letzten truppen mit sicherheit bringen ok nächste runde ich hoffe die sterben jetzt nicht das war jetzt natürlich nicht so die pracht von mir aber die stadt an sich hätte ich trotzdem gerne weil wir mit der stadt silber bekommen können zwei leben noch oh mein gott oh mein gott jawoll und da haben wir den nächsten gefunden ragusa schließen ähm ja nächste runde jetzt haben wir schon mal über 100 gold auch im auslösen geraten krieg angefangen haben mit der einen stadt ist es ja nicht so schlimm diese eine einheit hier die wird es nach und nach sowieso wieder zurecht kommen wenn wir die anfangen dann aufzuheilen aber momentan will ich mit dem noch ein bisschen laufen ach das ist das territorium das so komisch angezeigt wird aha ok und hier wird es seltsam angezeigt weil hier wasser ist und wasser zählt ja nicht dazu alles klar kostet wie viel kostet mich eigentlich eine geländer erweiterung 150 gold aber da ist sowieso keine gute geländer erweiterung mit dabei äh quatsch schließen nächste runde so erstmal hier das goldene getränk aus der dose aufmachen haaa schön so so so